Norddeutscher Rundfunk 2020 Ja, die ganze Zeit vom Montag. Hast du mit dieser schon mal gefahren? Nein. Ich dachte, das wäre nicht ein Rundfunk. Gestern war das ja alles leer. Ist deiner so viel? Was ist die Kruppe? Die Rumi war das. Was ist die Kruppe? Hier kann ich zehn Leute machen, da ist die Kruppe der Train. Aber es gab nicht nur einen Rundfunk, die Kruppe aus den Rundfunk. Soll das zu sehen. Der Kruppe an das und die Glocke anstattet haben. pero ist das nicht die Kruppe der Partie auf den Glocke anstattet. Warte mal hier. Ja. Der Kruppe anstattet den Krupp. Der Kruppe anstattet. Der Kruppe anstattet den Krupp. Und das war echt, als ob sie es gar nicht repariert hätten, ne? Wahrscheinlich schon so verfahren jetzt gerade. Wo liegt die? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es hier begleitet ein bisschen aus, als ob sie es gar nicht gemacht hätten. Die sind überheizt. Welche? Die sind gewärmt, oder? Die da hinten? Hier. Und zwar... Da oben, auf dieser Hütte bei mir, ist die Rechte da. Wo man jetzt sieht, bevor es nicht sehen kann. Ich weiß, das was Moos macht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Und wo war die Brücke, die... Und wo war die Brücke? Ist das ein Wetterchen heute? Ja. Hast du Sonnencreme dabei? Ja, ne? Ja, ne? Das ist nett, dieser Blitzchen hat die ganze Zeit getropft. Der dauert einen Nacken rein und so. Oh, scheiße. Das ist schön. Okay. 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 Was schreibt er? Ich habe auch Spaß bei diesem Stadion geteilt, da wollte ich mal probieren es zu verfolgen. Er hat uns auch so ein bisschen da hinten wohl geordnet. Es ist ein schöner Schnee jetzt hier oben. Sind wir schon wieder? Nein. Ja. Helmets hat sich denn, der juckt hier oben. Weil die sitzt voll gut. Ja. Ja. Der sitzt aber sonst gut, oder? Ja. Aber die sind auch schön aus. Wie bist du? Mami. Das stimmt. Jetzt zur Flexenbahn dann, ne? Ja. Dann fahren wir diese Stränge noch mal runter, dann untertreiben wir. Und dann liegt den Aufzug wieder hoch da, ne? Zur Flexenbahn, da kommt man unten. Ah ja, stimmt. Nein, da muss man wieder extra seine Schieher aus der Tür nehmen. Das müssen wir eh bei der Flexenbahn. Das müssen wir eh. Das ist ja so wie eine Gondola wie diese hier. Ja. Sonst bei dem Sessel hier hast du recht. Da kann man es lieber dran lassen mit dem Schlepplifter hoch, ne? Schieben und Schlepplifter. Ja? Den machen wir noch mal. So, ein paar Tage haben wir ja noch. Ne? Ah, guck mal, dann muss er da. Ja. 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 Ja.